WissenschaftlerInnen können ihre Publikationslisten zentral über ein ORCID-Profil pflegen und mit anderen AutorInnen-Identifiern, zum Beispiel bei Web of Science, verknüpfen. Dafür benötigen wir zunächst einen Account bei ORCID, den wir oben rechts unter Sign In und dann Register Now erstellen. Für das Passwort gibt es kleinere Vorgaben. ORCID checkt im nächsten Schritt, ob es Profile für den gleichen Namen gibt, die eventuell bereits vorab erstellt wurden. Uni-Angehörige können nach der Erstellung eines eigenen Accounts das Uni-Login mit dem Account verknüpfen und sich dann einfach mit diesem einloggen. Dazu wird Access Through Your Institution gewählt und nach der Uni Leipzig gesucht. Außerdem können wir auswählen, ob unser Profil öffentlich sichtbar ist oder nicht. Ein interessantes Feature bei ORCID ist die Möglichkeit, das Profil mit einem vertrauenswürdigen anderen Account zu verknüpfen. Diese Person kann dann Literaturlisten pflegen und Einstellungen optimieren. WissenschaftlerInnen der Uni Leipzig können hier in Absprache gern BibliothekarInnen verknüpfen und sich bei der Pflege von Profilen unterstützen lassen.